alles richten erstmal bevor es losgeht hallo es ist mittwoch der elfte februar und es ist genau zwölf uhr ich bin gerade zur tür ein war schon beim sport dann war schon bei normen meinem finanzberater und jetzt muss ich eigentlich schon wieder los denn um 13 uhr geht meine ja neue arbeit los und da bin ich zwar jetzt noch in der schulungsphase wo ich so ein bisschen sachen noch vermittelt bekomme aber es ist halt sehr zeit umfangreich also ich muss viel zeit dafür investieren ich fahre eine dreiviertelstunde hin eine dreiviertelstunde zurück ich freue mich also auf die zeit wo ich das dann von zu hause aus machen kann ja da bin ich heute bis 19 uhr und bevor ich heute wieder erst 20 uhr zum aufnehmen kommen dachte ich mir mache ich das jetzt einfach mal schnell wie gesagt ich war schon bei der body street heute beim ms training ich werde irgendwann in den nächsten wochen mal einen termin da ausmachen mit der kim und dann nehmen wir das auf das heißt ich werde meine kamera mitnehmen eine gopro ist ja bewegung muss man eine gopro haben für und werde das mal filmen und dann werde ich mir fragen ob ich vielleicht auch streamen kann bei you now das ist glaube ich auch ganz interessant you now ist jetzt hat ja fast youtube den rang abgelaufen bei mir aber nur fast also ich mache beides ganz gerne ja und dann mal schauen wann wir dann den termin hinbekommen ansonsten was steht heute noch an nach 19 uhr glaube ich nicht mehr viel ich muss noch zwei drei angebote schreiben denn jetzt wo ich wieder mehr zu tun habe kommen irgendwie auch immer mehr anfragen ich verstehe das nicht im januar habe ich nicht mal 60 stunden in arbeit investiert an zeit also da war irgendwie nichts los okay da habe ich jetzt die ganzen bewerbungen und kundenakquise nicht mit reingerechnet aber da war so wenig los und jetzt wo ich wieder ein festes projekt habe das auch den großteil der zeit in meiner arbeitswoche in anspruch nimmt da kommen sie wieder aus allen ecken und enden und wollen irgendwie beraten werden ich spiele die ganze usb stick kommen ja von daher ist es momentan etwas stressig und viel und ich will ja auch videos machen und ich will streamen und ich will spielen ich will serien gucken ich will ins kino gehen ich will freunde treffen und jetzt merke ich gerade dass die zeit etwas knapper bemessen ist als sonst also seid mir nicht böse wenn ich jetzt nicht jeden tag auf youtube neue let's place veröffentliche minecraft ist glaube ich das einzige was ich jetzt wirklich ernsthaft weiterverfolgen will und da muss ich mal schauen dass ich am wochenende irgendwie mit sebastian und ja mit alex und co dann mal wieder spiele und aufnehmen ist ja auch jetzt wieder schon ein paar tage her gut ich hoffe ihr habt eine schöne wochenmitte es geht euch gut wie gesagt der 11 februar erste drittel des monats ist geschafft zwei tage noch bis zum wochenende so langsam gibt es also mann wie sieht das denn aus hier mit dem himmel ich muss mal zu machen so langsam freue ich mich auch aufs wochenende wieder wobei ich ganz genau weiß dass ich da auch ein bisschen arbeiten werden müsse müsse werden muss man ja also wie ihr merkt ich bin ein bisschen durch den wind im stress und bin jetzt auch wieder raus und melde mich dann morgen wieder bis dann ciao wochenende wieder bis dann